Hallo Niklas Willkrug. Moin. Lieber Fülle oder Lücke? Fülle. Warst du schon mal mit einer Mannschaft am Ballermann? Sicher, ja. Mit welchem Verein spielst du bei FIFA? Boah, ich spiele gar kein FIFA, weil wir haben letztes Mal einmal bei der Nationalmannschaft gespielt. Da meine ich, Real muss es gewesen sein oder Manchester City, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das hat mein Spielpartner entschieden. Ich habe da keine Ahnung von. Beende den Satz. An einem perfekten Wochenende schieße ich ein Tor, wir holen drei Punkte und am nächsten Tag verbringe ich den Tag mit meiner Familie draußen bei gutem Wetter. Was ist die Wurzel aus 81? Neun. Was war die schlechteste Interviewfrage, die du nach einem Spiel gestellt bekommen hast? Die schlechteste Interviewfrage. Schon mal ein gutes Zeichen, dass mir nicht direkt einer einfällt an alle Journalisten. Ich musste jetzt komischerweise direkt an die Frage denken, die Toni Kroos nach dem Champions-League-Finale letztes Jahr oder vorletztes Jahr gegen Liverpool gestellt bekommen hat. Obwohl ich da gar nicht involviert war, saß ich vorm Fernseher und dachte auch, das ist die schlechteste Frage, die ich je gehört habe. Deswegen beantworte ich jetzt einfach mal damit. Benutzt du eigentlich Haargel, Haarwachs oder Haarspray? Haarwachs. Welcher ist der beste Spieler, mit dem du bisher zusammengespielt hast? Christian Groß. Lieber in der Champions League oder bei der EM das Siegtor schießen? Beides. Was machst du immer mit deinen Ohren, bevor du aufs Spielfeld gehst? Einmal beobachten. Zack, Schalter an. Konzentration, Fußball. Die EM steht vor der Tür, das bedeutet auch Nationalhymne singen. Bist du textsicher? Seitdem ich dreieinhalb Jahre alt bin, ja. Beweis mal. Einigkeit und Recht und Freiheit. Welcher Fußballspieler darf auf keiner Party fehlen? Leonardo Bittencourt. Wie wichtig ist die Mode? Ja, semi. Also nicht so wichtig, aber ja, mittlerweile wird man ja relativ gut ausgestattet von verschiedenen Seiten und deswegen sehe ich, glaube ich, immer ganz schick aus. Wie viele Bälle hast du eigentlich schon aufs BVB-Trainingszentrum gepüllt und die liegen jetzt auf dem Dach? Oh, nee, boah. Ich würde sagen zwei. Also ich versuche eher flach zu schießen. Welcher Song darf vor keinem Match fehlen? Ich höre eigentlich gar keine Musik vor dem Match, aber ich finde immer so ein bisschen gute Laune und aktuell macht Jayden bei uns die Musik in der Kabine und ja, so gute Laune-Lied, so Klassiker im Moment ist so Last Last von Burner Boy, finde ich. Du hast schon für verschiedene Vereine gespielt, bist du auch Fan von einem Klub? Ja, Werder Bremen. Kannst du uns ein Geheimnis aus der Nationalmannschaft erzählen? Ein Geheimnis aus der Nationalmannschaft? Sicher kann ich euch da eins erzählen. Toni Rüdiger ist ein lustiger, überragender, geiler Typ, einer der Jungs, mit denen ich da am allerbesten klarkomme. Ich glaube, das denkt man auf den ersten Blick nicht so. Was war das beste Spiel deines Lebens? Atletico zu Hause. Und dein Gesicht, wenn du an deinen Fußballschuhen nach dem Spiel riechst? Oh, geil. Riecht nach Toren. Danke.